Ich bin laut, ich mach einfach so Sorge. Ja stimmt, das ist immer noch kein Scheiß, Alter! Oh, alter Schwebe. Hey, schreit sie mich ab! Alter Schwebe. Alter Schwebe, ist das ein... Alter Schwebe, wär ich der Faller von dem Weiber? Ich würd mir denken, wer seid ihr? Ich versteh auch gar nicht, warum dann auf einmal so kam. Also, ich fass mal zusammen. Cecilia hatte damit ein Problem, dass die Ricarda zu ihr sagte, Boah nee, ich will den nicht und denkst du, wenn ich hier raus will, dann will ich ihn und dann die ganze Zeit, um mich zu provozieren, das ist doch krank! Dann aber zu Mo hingegangen ist und ihm gesagt hat, du bist meine Nummer eins und dann am selben Abend liegt die Ricarda bei Madi. Mit dieses Schleudern, ganz ehrlich, dieses mit den runterholen. Ja, die Aktion, ne? Dass sie das gemacht hat, ganz ehrlich, ey, ist doch nicht schlimm, lebt dein Leben. Aber was sie für mich zeigt, dass sie die größten Lügnerin ist, dass sie sagt, ich hab nur meinen Finger abgeleckt und seinen Bauch gestreichelt. Jaaaa! Und das hat der Cecilia alles nicht so gepasst, das fand die Charakter schwach. Warte doch mal, wohin gehst du jetzt? Ja dahin, zu dritt. Was hat jetzt? Zeit! So, wir reden jetzt safe zu dritt. Zu dritt jetzt? Ja, du erzählst jetzt genau, was du mir gesagt hast. Warum? Hör auf, hier ein Spielchen zu spielen, das weiß hier jeder. So, erzähl jetzt bitte, was du gesagt hast. Was ist das Spielchen? Erzähl, erzähl! Cecilia? Weil du meinen Namen schlecht erzählst, ja? Du bist diejenige? Ey, sie hat dir egal, was du erzählst. Ja, genau, ich hab ganz, ja, okay, erzähl doch was du machen. Ja, warum? Weil du hinter meinem Rücken. Was? Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Also, ich blick bei den hier allen nicht durch, ey. Hast du nicht mir in die Augen gesagt, ich will den nicht? Ich will den gar nicht, ich will nur bitten mit denen. Boah, erzähl ich das meiner Mutter oder sie sieht das, ne? Ehrlich, die dreht hier durch. Hey! Hey, schreist du mich an? Keiner? Schreist du mich an? Pass mal auf! Wie bist du gar nicht hingekommen? Schreist du mich an? Ey, Mil, jetzt bleib mal ein bisschen ruhig, wie so zwei Hyänen. So, keine Ahnung. Hey, ich hab das wirklich gefragt, hast du mich gerade angeschrieben? Frage dich! Hast du mich angeschrieben? Hast du das selbe? Ich frage dich! Alter Schwede, ey, boah. Ja, aber du bist nicht toll zu... Moment, ich bin... Ich schneune erst mal und sagte aber, ne, ich hab nur sein Bauch shiftsert. Buh, 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 Buh... boah! Du hast gesagt, wenn ich hier raus bin, ich hab so viele Männer und ich brauch den nicht mal. Also leider keine Scheiße! Bin ich! Glaub mir, die Frau geht über Leichen. Die geht über Leichen. Wenn die was will mit ihrem Mann, geht die über Leichen. Die ist einfach nur abgefuckt, weil ich jetzt wieder mit dir rede. Wenn ich nicht mit ihr geredet hätte, dann wäre die nicht abgefuckt. Ich bin nicht schon wieder am Überlegen, heute einfach nur wieder im Wohnzimmer zu pennen. Da hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber was soll ich machen, ey? Verstehst du, was ich meine? Genau, das hab ich befürchtet, dass ich irgendwann gekümpelt alleine bin, ey. Ich schwöre. Weil jeder hier jeden ficken würde, wenn er kann, ey. Ich hab wenigstens gedacht, dass du einjahrst, ey. Aber nicht so, ey. Mama, Papa, ich schwöre es dir. Ich freu mich, euch schon wiederzusehen. Warte, wenn wir uns wiedersehen. Ich war so, wie ich bin. Ich bin ein geradliniger Mensch. Ich steh zu allem, was ich gesagt hab. Zu jedem eins. Ihr habt noch nicht genug von unseren Singles? Dann gibt es mehr Videos hier. Und die ganze Staffel gibt es hier. du hasteschön. Du hast Kraft. Untertitelung des ZDF, 2020